hallo zusammen heute wieder ein film aus der reihe kultgetränke der 50er und 60er und 70er jahre heute brauchen wir keinen mastkrug heute geht es etwas eleganter zu sieht er hier schauen ob der propeller stimmt heute haben wir ein echtes gentleman getränk oder ein getränk das auch den frauen schmeckt ich schaue gerade eine staffel auf netflix an frankie und grace mit jelen fonder übrigens sehr amüsant gefällt mir sehr aber was ich raus will ist ihr kennt sicher iron flemming der hat james bond damals erschaffen mit seinem roman in den 50er jahren und gleich im ersten in casino royal hat er vorsätzlicher weise die mischung eines legendären cocktails etwas verfälscht ihr wisst ja james bond was trinkt er immer vodka martini geschüttelt nicht gerührt da sind wir schon beim unterschied zum original cocktail also heute geht es um den james bond cocktail im original rezept wird er der martini cocktail anders getrunken als der den james bond in casino royal da angegeben hat den er immer wieder in jedem film erwähnt geschüttelt nicht gerührt der original cocktail wird natürlich gerührt aber wir machen den heute so wie in james bond gerne trinkt und zwar habe ich mal ein rezept das auch kabel eins schon verwendet hat in einer reportage und zwar wird der gin, wodka, wermut, eiswürfel und eine zitronenscheibe verwendet im original wird niemals gin mit wodka gemischt und anstatt der zitronenscheibe kommt eine olive in den cocktail also dann werden wir mal anfangen wir brauchen also ein wermut martini heißt der allgemeine oberbegriff heutzutage für wermut in weißen marke ist egal dann brauchen wir gin, wodka, oliven, die besagte zitronenscheibe, wahlweise dann brauchen wir ein elegantes glas am besten einen kelch das beste das ich jetzt gefunden habe ist das hier das sollte vielleicht ein bisschen ausladender sein also nix für ein derbes trinkgelage eher elegant machen wir die zigarette mal aus so fangen wir mal an um das zu mischen noch ein wenig bestandteil habe ich vergessen eis oder crush eis oder eiswerfen und den shaker natürlich weil wollen sie ja geschüttelt und nicht gerührt möchte ich die kamera mal umstellen und dann werden wir das ding mal zubereiten habe ich die letzten tage öfters mal probiert und zwar weil der in frankie und grace die ganze zeit getrunken wird so dann fangen wir an zu mischen als maß nehme ich hier so ein stampferl ich will leicht abweichen oder ganz schön abweichen vom originalrezept in den mengen ich lese euch das originalrezept noch mal vor sechs zentiliter gin ein zentiliter zwei zentiliter wodka ein zentiliter vermut drei eiswürfel und eine zitronenscheibe das ist aber deutlich zu stark da ist man nach einem trink knülle ich habe ja den schon die letzten tage mal probiert und das maß das ich für gut befinde das werden jetzt für die mischung verwenden wir fangen wir an mit einem stampferl gin zu dem eis in den shaker dann nehmen wir ein stampferl wodka auch dazu und dann kommt eben der wermut weißer martini dazu das ganze wir werden jetzt ein bisschen schütteln weil sie geschüttelt und nicht gerührt das glas soll normal vorgekühlt sein heißt das können wir ins gefrierfach legen und dann wenn wir krascheis haben müssen wir natürlich ein sieb verwenden damit es die eissplitter nicht in den cocktail kommen ansonsten können wir das hier so auffüllen dann kommt die zitronenscheibe noch als garnierung wie gesagt beim original ist ja die olive drin und jetzt voila lassen wir uns diesen james bond cocktail alias wermut martini cocktail schmecken ein tröhmchen würde ich sagen schmeckt auch der damenwelt denk ist ein wenig in vergessenheit geraten zu unrecht mein name ist bond james bond und das am nachmittag super sache denkt dran trotz alledem wie gut es schmeckt rauchen schädigt ihre gesundheit und alkohol macht dick und doof das war's für heute ich wünsche euch ein schönes wochenende bis zum nächsten mal servus so